Musik 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 Ah, sie sind gekommen. Musik Ich, sie ist kurz. Musik 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 Das Einzige, was ich mir zu unterhalten gab, ist, dass ich die Juden mit offener Visier bekämpft habe. Und dass ich den deutschen Lebensraum vom jüdischen Gift gecibert habe. Wenn das so ist, warum sagen Sie, dass Sie den Führer haben? Warum sind Sie denn auch nicht verwacht geworden? Glauben Sie, im Ernst, der Führer weiß das nicht selbst. Aber er wird niemals kapitulieren. Und damit Sie es so wissen, wir auch nicht. Ich habe das einmal mitgemacht. Das reicht. Kommen Sie, ich muss hier raus. Mein Führer, ich fließe an. Verlassen Sie Berlin. Noch ist es nicht zu spät. Zu spät? Ebel, kommen Sie doch mal, Herr Bitt. Mein lieber Ebel, Sie sind doch auch der Ansicht, wir sollten Fühlung aufnehmen mit den Alliierten. Politik machen. Denn in der Tat, wir sollten Politik machen. Politik? Ich mache keine Politik mehr. Das widert mich, Saumann. Wenn ich tot bin, werdet ihr noch genug Politik machen müssen. Es ist gut. Und lieber Himmler, ein Träume an euch. Es ist gut. Ganz genau.